Und wie ist das bei 4BRO Praktikant zu sein? Voll geil. Alle haben so ein bisschen einen am Helm. Und da zieht sich ja nicht nur über das Content Creator Team in den Büros oder so, sondern auch bis hin ins Lager. Wir machen mal einen Test. Es werden viele Fragen gestellt zu unseren Produkten unter den Videos. Wir sind jetzt dafür am Start, um euch die Fragen sozusagen im Video zu beantworten. Wie geht's damit? Ich hab mal Fragen. Wie viele Eis die Sorten haben 4BRO? Genau. Wie viele Cruiser? Energydrinks? Weißt du, wie die heißen? Auch? Wie viele Sorten BROGYBOLS haben wir? BROGYBOLS. 2. Wenn man jetzt alle zusammen dreht, 2 Reels, Cornflakes. Hast du die schon mal gegessen? 4. 4. Ja, stimmt. Bros und Sis, hier ist unsere Versandstraße. Hier gehen eure Pakete raus, die ihr bestellt. Wer ist DJ? Hey, ich hab dich gesehen. Wo ist er hin? Ey Brudi. Ja. Die Bros und Sis rasten ja richtig aus mit den Bestellungen und so, ne? So viele Bestellungen geben, dass wir zurückliegen. Deswegen dauert das noch ein bisschen. Bis 6 bis 7 Tage müssen die rechnen. Wir nehmen uns ja komplett auseinander, ne? Komplett auseinander. Hier sind eure Pakete. Wie gesagt, wenn es zu Verzögerungen kommt mit dem Versenden der Pakete, bitte nehmt uns das nicht übel. Also 6 bis 7 Tage müsstet ihr dann auf eure Pakete im schlimmsten Fall warten. Das geht doch nicht. Ist jetzt auch nicht die Welt, weißt du? Hör mal auf hier. Er übernimmt jetzt. Okay. So Bros und Sis, allgemeinwissensfragen mit Samet und Mika. Wo war der erste Weltkrieg? 1904 bis 1928. Brunner, das passiert jetzt. Kannst du ja auch keiner sagen, aber könntest du ja vielleicht nicht der. Prost. Wieder zu, wo ich komme. Wer ist da? Ein Punkt für Samet. Wo geht's am? Wann fiel die Mauer? 89. 90. Nächste Frage. Merk jetzt Geburtstag. Oha. 1. Mai. 1. Mai stimmt sogar. Sag vor Allah. Das stimmt. Konisch heiß. Das ist absolut krass. Ehrlich jetzt. War nur Spaß, aber ich guck's damit gerne live. Nächste Frage. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? 16. Kommt doch schnell. So, nächste Frage. Wessen Hauptstadt ist Bangladesch? Hä? Bangladesch? Nein. Von welchem Land die Hauptstadt? Bangladesch ist ein Land. Indien. Nein. Was für Lava? Ich kriege halt. Eine Frage, die die beantworten müssen. Ihr beiden wisst doch gar nichts. Jetzt bin ich gespannt. Kommt die Frage. Welcher Fluss fließt durch Dresden? Nie. Nicht in Ruhe. Ok, was für eine Antwort? 3, 2, 1. Rein. Elbe, ihr Lutscher. Hold up. Du darfst jetzt beiden einen Handklatscher geben. Zieh durch. Warm, Junge. Warm, Junge. Bitte kommen die wieder. Nächste Frage. Welche Farbe hat meine Unterhose? Grau. Grau? Ihr sagt Blau. Er hat recht, mein Unterhose ist kaum. Ja. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guck mal, ich kann sogar gucken, ob wir den gleichzeitig. Ja, du wirst ja auch verlieren. Eine Ewigkeit später. Er ist zu schnell. Guck, du wirst ja nicht... Ausziehen! 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 Ausziehen. Feige, du brauchst dich nicht in den Regen zu stellen, einfach so für eine Minute. Uwe, zu erfrischend wie ein Sommerregen.